Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt geschnittene Knoblauchwürfel, schnell und einfach. Durch Drehen des Oberteils wird die Knoblauchzehe durch die 16 Edelstahlklingen des Schneidgitters geschoben und durch das Quermesser in 81 perfekt gleichmäßige Würfel geschnitten. Jetzt kann jeder saftige Knoblauchwürfelchen zaubern. Durch einfaches Drehen können Sie alle Mahlzeiten mit gesundem Knoblauch aromatisch veredeln. Nur der Genius Knoblauchschneider ermöglicht präzises Dosieren und Schneiden bis zum letzten Rest. Er ist so handlich für einfachstes Würzen, wie mit Salz oder Pfeffer, ob beim Kochen oder direkt am Tisch. Würfeln Sie direkt in den Behälter zur aromadichten Aufbewahrung im Kühlschrank. Mit dem Knoblauchschäler befreien Sie selbst kleinste Knoblauchzehen spielend leicht von Ihrer Schale. Einfach rollen und ganz bequem ohne unangenehmen Geruch an den Händen in den Behälter geben. Zudem ist der Knoblauchschneider Spülmaschinen geeignet. Schluss mit umständlicher Reinigung per Hand. Schnell, einfach und präzise. Perfekte Ergebnisse jedes Mal. Um alle gesunden Inhaltsstoffe von Knoblauch genießen zu können, sollte er sauber geschnitten und nicht zerdrückt werden. Mit dem Knoblauchschneider erhalte ich ihm nun perfekt geschnittene Würfelchen. Das ist Genius. Einfachste Handhabung, volles gesundes Aroma und eine kinderleichte Reinigung. Einfacher und besser geht es nicht. Und das ist noch nicht alles. Der einzigartige Genius Knoblauchschneider ist in zwei modernen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie zwischen der klassischen oder der eleganten Variante in zeitloser, robuster Edelstahlausführung. Egal für welches Design Sie sich entscheiden, der Genius Knoblauchschneider ist ein echter Blickfang in Ihrer Küche und der perfekte Helfer im Alltag. Würzen Sie bequem während des Kochens oder direkt am Tisch. Der Genius Knoblauchschneider veredelt all Ihre Speisen mit perfekt geschnittenen, gesunden Knoblauchwürfelchen. Einfach drehen. Fertig. Das ist der einzigartige Knoblauchschneider von Genius mit patentiertem Schneidsystem. Perfekte Ergebnisse und purer Geschmack. Jedes Mal. Jetzt kann jeder saftige Knoblauchwürfelchen zaubern. Durch einfaches Drehen können Sie alle Mahlzeiten mit gesundem Knoblauch aromatisch veredeln. Nur der Genius Knoblauchschneider ermöglicht präzises Dosieren und Schneiden bis zum letzten Rest. Er ist so handlich für einfachstes Würzen wie mit Salz oder Pfeffer, ob beim Kochen oder direkt am Tisch. Würfeln Sie direkt in den Behälter zur aromadichten Aufbewahrung im Kühlschrank. Mit dem Knoblauchschäler befreien Sie selbst kleinste Knoblauchzehen spielend leicht von Ihrer Schale. Einfach rollen und ganz bequem ohne unangenehmen Geruch an den Händen in den Behälter geben. Zudem ist der Knoblauchschneider Spülmaschinen geeignet. Schluss mit umständlicher Reinigung per Hand. Schnell, einfach und präzise. Perfekte Ergebnisse jedes Mal. Um alle gesunden Inhaltsstoffe von Knoblauch genießen zu können, sollte er sauber geschnitten und nicht zerdrückt werden. Mit dem Knoblauchschneider erhalte ich ihm nun perfekt geschnittene Würfelchen. Das ist Genius. Das ist noch nicht alles. Der einzigartige Genius Knoblauchschneider ist in zwei modernen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie zwischen der klassischen oder der eleganten Variante in zeitloser, robuster Edelstahlausführung. Egal für welches Design Sie sich entscheiden, der Genius Knoblauchschneider ist ein echter Blickfang in Ihrer Küche und der perfekte Helfer im Alltag. Würzen Sie bequem während des Kochens oder direkt am Tisch. Der Genius Knoblauchschneider veredelt all Ihre Speisen mit perfekt geschnittenen, gesunden Knoblauchwürfelchen. Einfach drehen. Fertig. Das ist der einzigartige Knoblauchschneider von Genius mit patentiertem Schneidsystem. Perfekte Ergebnisse und purer Geschmack. Jedes Mal. Jetzt kann jeder saftige Knoblauchwürfelchen zaubern. Durch einfaches Drehen können Sie alle Mahlzeiten mit gesundem Knoblauch aromatisch veredeln. Nur der Genius Knoblauchschneider ermöglicht präzises Dosieren und Schneiden bis zum letzten Rest. Er ist so handlich für einfachstes Würzen wie mit Salz oder Pfeffer, ob beim Kochen oder direkt am Tisch. Würfeln Sie direkt in den Behälter zur aromadichten Aufbewahrung im Kühlschrank. Mit dem Knoblauchschäler befreien Sie selbst kleinste Knoblauchzehen spielend leicht von Ihrer Schale. Einfach rollen und ganz bequem ohne unangenehmen Geruch an den Händen in den Behälter geben. Zudem ist der Knoblauchschneider spülmaschinen geeignet. Schluss mit umständlicher Reinigung per Hand. Schnell, einfach und präzise. Perfekte Ergebnisse jedes Mal. Einfachste Handhabung, volles gesundes Aroma und eine kinderleichte Reinigung. Einfacher und besser geht es nicht. Und das ist noch nicht alles. Der einzigartige Genius Knoblauchschneider ist in zwei modernen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie zwischen der klassischen oder der eleganten Variante in zeitloser, robuster Edelstahlausführung. Egal für welches Design Sie sich entscheiden, der Genius Knoblauchschneider ist ein echter Blickfang in Ihrer Küche und der perfekte Helfer im Alltag. Würzen Sie bequem während des Kochens oder direkt am Tisch. Der Genius Knoblauchschneider veredelt all Ihre Speisen mit perfekt geschnittenen, gesunden Knoblauchwürfelchen. Einfach drehen, fertig. Das ist der einzigartige Knoblauchschneider von Genius mit patentiertem Schneidsystem. Perfekte Ergebnisse und purer Geschmack. Jedes Mal.